Alleinfahrbus in Berlin und wenn der Bus jetzt kommt, dann müsste auch bald einer fahren, die Seitenwert weg und falls es hier die Bushaltestelle Dich auch? Die müssen wir unbedingt, weil die in jedem Fall hart wird Ah! So, das war die Schulfahrt Aber das ist nicht so ganz oben, dass jemand da noch Geld kommt und der Kammer da mit dem Motto, wo er uns reichen müsste Die sind ja noch in der Testphase, deswegen kostet ja auch Ja, genau